Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Railway Empire. Wir hatten gerade darauf gewartet, hier unten in der Maisfarm einen Bahnhof zu errichten. Jetzt haben wir auch schon wieder Geld dafür. Deswegen machen wir das jetzt mal ganz fix. Den setzen wir auch so hin, dann kann das nämlich gleich ein Durchgangsbahnhof für North Fork werden. Ein Bahnhof in der Einöde? Das wird ein Rohrkrepierer. Das glaube ich nicht. Denn wir führen den auf diese Strecke drauf. Wenn ich dann 200.000 habe, die Brücke ist sehr teuer. Ich könnte aber theoretisch auch direkt nach North Fork erst liefern, aber da warten wir mal drauf. So, wir hatten letzte Folge auch noch die Wilson-Fahr mit Pittsburgh angeschlossen, damit wir hier schon mal Stoffe produzieren können. Und diesen Stoff brauchen wir dann später in Baltimore, weil da die Textilindustrie ist, um dann entsprechend die Sachen nach New York liefern zu können. Der macht sich hier auch einigermaßen breit. Na, schauen wir mal. So, was haben wir noch zu tun? Warten bis wir Kält haben. Was ist denn hier oben? Hier ist noch Getreide. Das ist auch sehr weit weg. Als Aufgabe haben wir auf jeden Fall, das müssen wir im Auge behalten, bis 32, 18, 32, Baltimore und Pittsburgh verbinden. Pittsburgh mit 10 Ladungen Baumwolle, da sind wir gerade mit zu Gange. Da sind wir schon bei 8. 20 Ladungen Bekleidung, da sind wir schon bei 15. Und Baltimore mit Toledo, das könnte noch schwierig werden. Baltimore 100.000 Einwohner, das werden wir bekommen. Einzel erzieher Unternehmenswert von 20 Millionen, wir sind schon bei 3,3. Optionale Aufgaben, verbinde 10 Landbetriebe. Das schauen wir mal. Kaufe das Unternehmen eines Konkurrenten auf. Hä? Wieso haben wir den denn aufgekauft? Wir haben doch nur Prozente. An. Das verstehe ich jetzt nicht. Wir haben doch nur 3%. Hm. Ein paar Krümelchen meines Erfolgs kannst du ruhig abhaben. Ja. Das verstehe ich nicht, warum diese Aufgabe als fertig gewertet wird. Weil aufkaufen heißt für mich, dass ich die komplett übernommen habe. Naja. Gut, wenn das Spiel sagt, das ist so, dann ist das so. Hier müssen wir jetzt mal gucken. Dauer der Passagiere. Anzahl Pakete. Profitpost. Passagiere Anzahl. Ähm. Da werden wir noch nicht investieren. Obwohl das nachher hier hinten raus gut wird. Aber bis wir da sind, das dauert. Zum Beispiel, ähm, Brückenpreise werden günstiger. Und sonstige Bauten. Bis wir aber da sind, das könnte noch ein bisschen dauern. Wir haben 120 Punkte. Die setzen wir hier in die Zugpfeife ein. Passagiere? Ne, doch nicht. Die sind mir relativ egal im Moment. Sorry, wenn ich das so sagen muss. Äh, wir müssen Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit erhöhen. Das ist, ähm, Prio. Momentan. Jetzt warte ich gerade noch auf das Geld. Um die Lieferung anzuschließen. 200k waren das, ne? Ähm, ja. Das dauert noch ein bisschen. Ich könnte theoretischen Kredit aufnehmen, möchte ich aber nicht. Ich schaue mal, dass wir so durchkommen. Ähm. Ja. Was können wir sonst noch machen? Was haben wir hier? Getreide, Milch und, ähm, Gemüse wird hier gewünscht. Beziehungsweise hatte ich schon eingestellt. Der müsste beides holen. Genau. Nimmt denn Bautimon schon Gemüse? Beziehungsweise haben die das im Bedarf drin? Jawohl. Gemüse wollen sie haben. Das heißt, ich könnte auf dieser Strecke einen Zwischenbahnhof einrichten, der bei Rückfahrt, ähm, der fährt mit Holz. Okay. Das heißt, aus New York nimmt der Holz mit. Hm. Auch gut. Das heißt, ich müsste hier einen zweiten setzen. Einen Bahnhof hier hin mit zwei Gleisen und den dann hier anbinden. Kann man auch machen. Aber erst, wie gesagt, unten die Strecke fertig machen, damit wir den Meister hinbekommen. Ähm. For Shogo Technik. 160. Hm. Kann ich hier? Oh, warte mal. Äh. Liegt bei 2012. Ich biete mal. Das mache ich lieber und dann spare ich mir den Innovationspunkte, die wir besser einsetzen können. Und jetzt können wir gleich eine schöne Sache wieder machen. Die Option ist endet. Warum hat wohl keiner außer dir bei der Auktion mitgemacht? Kannst du einfach, weil du doof bist. Ähm. Wir setzen hier eine Universität, wenn ich das Geld hätte. Ähm. 200k. Dann würde ich nämlich auch noch wieder mehr Forschungspunkte bekommen. Ähm. Gut. Das warten wir mal ab. Ja, warum hat da keiner mitgeboten? Keine Ahnung. Was willst du mir damit sagen? Ähm. Passagiertransport, weil ihr nicht daran interessiert seid. Naja. Wie machen wir denn die Anbindung nach Pittsburgh? Ich würde sagen, von der linken Linie hier rüber. Naja. Dafür muss ich aber erst die andere Linie fertig legen. Würde ich auch vorziehen. Aufgrund der Tatsache, dass wir mit der unteren Linie mehr Geld verdienen. Beziehungsweise Baltimore wächst. Und wir sollen da ja... Ja, das ist nämlich das Problem. 59, das wächst nicht weiter. Einer deiner Züge hat es leider nicht geschafft. Ja, ich krieg dich auch noch. Ähm. Was wollte ich sagen und nicht lügen? Achso. Baltimore muss ja wachsen. Das heißt, die müssen Sachen haben. Deswegen gehen wir mal eben drauf schnell. 200, 2, 3,000. Den Heizer macht die Zuverlässigkeit. Den können wir schon mal einstellen. Den setzen wir dann auf diese Linie. Hier steht jetzt ohne Aufgabe. Das heißt, den können wir klack dazu weisen. Damit ist die Zuverlässigkeit erhöht. Die werden wir auch noch bald austauschen. Baltimore, hey, wichtiges Transporteur. Mhm. Baltimore ist größte Stadt. Das ist gut. Und wir haben jetzt die 200,000. Das heißt, ich kann die Linie bauen. Muss natürlich jetzt noch 30,000 für den Turm haben. Ne, brauche ich ja gar nicht. Wir haben hier hinten ja einen Sitzen. Das heißt, ich kann jetzt diese Linie nehmen. Der war das ja schon. Warte, ich gehe auf langsam. Beziehungsweise normale Geschwindigkeit. So. Vom Warendepot fährst du nach Lee Farm und dann ins Warendepot. Fertig. Dann wird gleich dieser Zug ersetzt gegen den schnelleren. Weil er doch schon eine relativ große Strecke zu fahren hat. Zugbegleiter. Okay. Forschung. Leistung der Lokomotiven ist auch nicht unwichtig. 30,000 gemischt. 35,000, die lassen wir aus. Zuverlässigkeit. Wir nehmen die Zuverlässigkeit. Leistung brauchen wir nachher, wenn wir hier durchs Gebirge fahren. Definitiv. Vielleicht haben wir bis dahin aber schon einen besseren Zug. Zugbegleiter ist für Personentransport wichtig. So, die Lee Farm liefert jetzt Mais direkt ins Warendepot. Wenn ich denn das Mais auch einlagern lasse. Den Mais, Entschuldigung. Nicht, dass wir wieder eine Leerfahrt haben. Wo bist du jetzt? Zug, hallo? Der hat noch Zuckerrohr am Laden. Okay. Das heißt, die nächste Tour macht er. Da muss man immer aufpassen, dass Warendepot wirklich vorher schon freigeben für die Ware. Und nicht den Zug losschicken. Den Fehler hatten wir letztes Mal, glaube ich, auch schon gemacht. Dann hat man eine Leerfahrt drin. Das ist immer ungünstig. So, 52.000. Wir fangen jetzt an mit der Planung der Strecke. Und die würde ich ganz gerne relativ günstig bauen. Das wird aber schwierig. Denn, äh... Weil da müssen wir eh schon durch. Und, äh, der kürzeste müsste, wenn ich hier rumgehe, ne? Schlappe, 844. Ja, okay. Im Wetter müssen wir die gleich nochmal abreißen. Äh, machen wir auch. Weil ich dann zwischendurch nichts anderes bauen kann. Das ist Quatsch. So, wir planen hier aber trotzdem schon mal ein und geben ein bisschen Geld dafür aus. Ja, machen wir auch von hier aus. Äh, geh weg. Zack. Ich hatte jetzt überlegt, die hier dran zu setzen, um da ein bisschen Strecke zu sparen. Aber das war jetzt nicht sinnvoll, finde ich. So, bis da können wir schon mal bauen. Das machen wir auch. In der Zwischenzeit müssen wir mal schauen, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr Geld bekommen. Bekommt ihr denn vielleicht schon Mais? Ne, noch nicht wirklich. Ähm, das ist schade. Das heißt, ähm, hier ein Bahnhof. Passt der da hin? Jawohl, nicht. Den kann man leider da nicht drüber setzen. Das ist schade. Ähm, der würde auf der Seite sitzen. Was ist, wenn ich den nehme? Der würde so gerade eben da hingehen. Kostet mich aber dann 100.000. Ich brauche aber nicht kreuzen. Hm. Gute Frage. Nächste Frage. Wenn ich hier eine Strecke habe, die, welche nehmen wir mal, welches Gleis, nehmen wir das zweite, hier drüber geht. Die kostet mir nämlich auch schon 54. Dann kann ich aber da gleich den Bahnhof setzen. Na, da mache ich hier nur einen kleinen Bahnhof hin. Müssen wir mit auskommen. So, wie sieht es aus? Mais-Transport? Ach, du bist das immer noch. Äh, der hat immer noch Zuckerrohr. Haben wir denn hier mittlerweile Mais bekommen? Äh, nicht wirklich. Äh, Smithfarm, Bahndepot, Leefarm, Bahndepot. Müsste doch passen. Hm. Sollte klappen. So, 34. Das heißt, wir können uns den Bahnhof nicht leisten, weil der 40 kostet. Mist. Irgendwas war immer. Äh, Forschung. Untergeht auch noch nicht. Dann gehen wir mal auf ein bisschen Spielbeschleunigen. Nebenbei kaufen dann so nach und nach die Konkurrenten weg. Und ich weiß nicht, wer der Schlimmere ist. Ich glaube, sie da unten. Die Ideen breitet sich nämlich ganz schön aus. Ähm. Uns läuft die Zeit davon. Das ist das Problem. Verbinde Bautium mit Pittsburgh. Anderthalb Jahre haben wir noch. Da brauche ich aber richtig, richtig Geld für. Na ja. Ähm. Prio ist gerade der Bahnhof hier oben, damit wir Geld verdienen. Tümpchen reicht nicht. Ähm. Kann ich die hier in Anführungsstrichen kurz schließen? Natürlich nicht. Das wäre ja auch wieder zu schön gewesen. Wenn der links rum nicht geht, dann geht er rechts rum auch nicht. Schade. Na ja. Gut. Ähm. Versorgungsturm können wir setzen. Und 27 müsste für den Lock reichen, ne? Nein. Die kostet 30. Ich habe immer noch nicht die Schnelle. Ist ja schlimm. Lopez Farm ist aber hier. Gemüse ist festgelegt. Okay. Baltimore wächst. 95. Wir mussten 100 haben, ne? Ähm. 100.000. Okay. Die werden wir gleich bald erreichen. Hoffe ich mal, weil die jetzt Mais bekommen. Glaube ich zumindestens. Da ist immer noch keiner drin. Ist der denn schon wieder abtransportiert oder was? Da kommt der Mais. Alles klar. Ja, der Mais, der Mais marschiert. Oder wie hieß das damals, ne? Kennt ihr noch? Kennt ihr noch? Kennt ihr noch? Schreibt es mal in die Kommentare. Ähm. 33. Ich kann einen zukaufen. Leider den kleinen noch. Und der fährt jetzt Lopez Farm Warnepot. Und damit haben wir dort hoffentlich. Äh. Gemüse. Gut. Mit 100 Punkten können wir noch nichts anfangen, ne? Was haben wir denn hier? Das war die... Ich schau nochmal. Moment. Das ist jetzt Passagiere. Das ist Anzahl Passagiere. Und dann kann man auf Frachtvergütung gehen. An 2300. Und Post. Hm. Ist natürlich nie verkehrt. Ah. Spion. 121. Vielleicht sollte ich die einfach aufkaufen. Hm. 2% von ihr. Der ist bei 1,6. Hm. 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 Wieso steht er auf 0%? Ach. Weil er uns aufgekauft hat. Oder ist nicht das falsch? Muss ich nicht verstehen, ne? Egal. Ähm. Dreamliner 7. Ich hoffe, das war richtig. Wachmann. Das wäre nicht ganz verkehrt. Ähm. Höhere Frachtpreise. Oh, cool. Das werden wir machen. Und zwar... Auf diesen Zug. Der fährt Post. Ähm. Zack. Sehr gut. Ist eigentlich eine Backfrau, ne? Riecht das richtig? Ich hoffe es doch mal. Ähm. Das war den Karikierten. Der Wein schmeckt mir in letzter Zeit besser als früher. Ich trinke auch mehr als früher. Einer deiner Züge hat es leider nicht geschafft. Ja. Ausgerechnet der. Ähm. 99.000. Die Stadt wächst. Das heißt, die eine Aufgabe kriegen wir gleich. Ähm. Oben der Zug läuft. Das heißt, wir müssen jetzt hier unten beim Gleis nach Pittsburgh weiterbauen. Wobei ich da schauen muss, dass ich da irgendwie auch eine Strecke hinbekommen, die... Äh. Nicht eine Million kostet. 500. Aber der ja schon wieder ein paar Dings machen will. Was soll der Quatsch denn? Äh. Ich muss den doch mal anders legen. Jetzt habe ich wieder Geld verschwendet. Denn wir gehen hier mal am Fluss entlang. Zum einen versuchen mit Steigung zu vermeiden. Zum anderen, ähm... Ich kann mit Shift und Mausrad kann ich die Steigung hier beeinflussen. Ähm. Das macht es hier teurer. Aber die Fahrt wird besser, einfacher. Ich bin mir nicht sicher. Ich lege die jetzt einfach so und hoffe, dass ich das Geld bekomme. 870.000. Okay. Kriegen wir hin. Tja, wenn ich da jetzt die Erforschung hätte bezüglich, ähm, ne? Baupreise Brücken. Wo sind denn die Tunnel? Die gibt es auch noch irgendwo. Ach, hier hinten erst, ne? Ah, werden wir nicht dran kommen. Wir haben 160 Innovationspunkte. Kann ich die schon? Nein, kann ich nicht. Mist. Einsetzen, wollte ich sagen. Wir schauen mal. Was haben wir denn als Bewerber? Zugbegleiter? Hm. Wir hatten noch hier oben in der Leierlinie. Ja, den können wir hier schön draufsetzen. Jo, alles gut. Hm. Das bleibt auch so. Ich lasse jetzt gerade mal ein bisschen schneller laufen, damit wir ein bisschen Kohle reinkriegen. 800k ist natürlich eine Hausnummer. Ähm. Das war die schlechtere Lok. Das bringt nichts. Was haben wir hier? 38 bei 26 Prozent. Hm. Ist etwas schneller. Kann alles transportieren. Nehmen wir mal mit rein. Oh, die neue Lokomotive sieht aber abenteuerlich aus. Ja, du mal deinen hübschen Mund. Würde ich mal sagen. Ähm. 1200 kostet der. Uh. Die. Entschuldigung. Das will ich jetzt gerade nicht wirklich ausgeben. Wir brauchen nämlich Kohle. Du solltest mal nach deinem Zug schauen. Ja, ja, ja. Hast du den wieder sabotiert oder was? Wartungsgebäude. Ach du Heiliger. Ne, hier steht doch eins drauf. Und der hier hat kein Wartungsgebäude. Müssen wir bauen. Also wird er auf jeden Fall sicher. Wachmann. Ähm. Heizer. 1200. Äh. Die Doppelpassationstattung und Zugwarten um 20 Prozent. Ne, lass ich mal durchlaufen. Ah, Don Lorenz hat geboten. Gut. Soll er man machen. Wir brauchen Geld. Na gut. Da warten wir dann mal drauf. In der nächsten Folge werden wir dann vielleicht Baltimore richtig anschließen können. Wenn wir die halt 800.000 zusammen haben. Ich sag mal an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge von Railway Empire. Bis dann, Panne. Tschüss. Baltimore wächst und gedeiht. Das ist vor allem auf die Eisenbahn zurückzuführen, die du gebaut hast. Sehr gut. Gut zu wissen. Tschüss. Eines Tages wird die Eisenbahn sogar bis zur Westküste reichen. Jeden Tag werden gewaltige Menschenmassen aufbrechen, um das ganze Land zu durchqueren. Und die Züge werden immer schneller werden. Schau mich nicht so an. Wir können die Zukunft nicht aufhalten. Wir können hierv educated werden. Lassen diggasme einfach nicht so an.